so dass hier geht gerade richtig schön unter und wir gehen jetzt endlich in meine lieblingswelt denn wie wir das sehen werden ist hier bowser die frage ist wo ist ein bisschen nintendo fan keiner fragt ist und was ist jetzt in den stunden und die speichern und rein in den wirbelst du da spielst los meine lieblingsdance sieht normal aus sieht in der tat normal aus und dass das verwegen 1 2 3 4 5 6 level und da kommt noch der star boulevard zum schluss der ist ein bisschen heavy aber das ist geil guter mal gucken wie man es ist halt die ganze ist ja okay das ist wirklich endlich aber auch das bekommen wir noch mal irgendwie gebacken jetzt sind auch für des displays hier weist ich weich meteoriten aus aber schaff es nicht einem sich langsam es wir wissen dass der boden da war das ist mehr oder weniger letzte welt die wird sein der wiener aber das games ab 0 wenn es null jährigen bekommen bekommen ist auch gesessen game over 16 extra hat es denn bei dem ersten durchgang ich habe es noch nie ganz durchgeführt weil ich alles habe ich habe es noch nie ganz durchgeführt und die dritte zahlenstelle konnte nicht ausgeführt werden ja junge wie sie hast du dir gerade nicht level abgeholt und so weiter und items jedoch zur rohre und holt jetzt erstmal items in der abs spielen ohne item müssen der will ab ich bin auf dieses stage gespannt und mit nix holen ganz roh reingehen also das bist das nomad ist noch mindestens drei sonden brauchen nein wir schaffen das jetzt unter 12 stunden bin ich gesamt ich schaffe es nicht ein kumpel zu treffen scheiß auf den kumpel im mitnehmen die die going on summer vacation ist ganz cool nein er lebt noch es ist halt egal und hat größere sorgen die lava mit mir mit mir vielleicht halli ja ich kann mich davon hochballen lassen nein das bringt dich einfach nur um was du nicht sagst mal es ist lava magma ich werde es aufhalten spring mein krass spring und jetzt mit rieb naches werk und schick oder so mit rieb naches weg und schon wieder den aufgarten muss ja genau jetzt würde sagst achten die plattform die nächste ist Hätte ich ohne deine Hilfe echt nicht gesehen Ja, ich glaube die Tipps, wo es nur... Die taucht unter Okay, das wusste ich selbst nicht Ach, wow Okay Holte doch dieses Tanuki-Dings aus dem ersten, der will, dann bist du okay Aber mach's halt einfach mal nicht Ja, mach's mal nicht, weil ich einfach mal gucken will, wie meine Skills wirklich sind Das wissen wir schon Ich sag neun Stunden, dreißig Ja Ich spiel dieses Spiel zum ersten Mal Gegenüber, wo hat's dort eine Aussage am ersten Mal in 1,5 Stunden geworfen Genau Achtung, das Ding hat's dach Wie hat das durchgekriegt anscheinend beim ersten Mal? Eineinhalb Stunden, für die ganze Scheiße Das glaub ich mal nicht Ja, das ist halt so ein Sack Ja, das ist halt so ein Sack krass Ich möchte das noch, wie lange brauchst du dafür? Ich sag dir, ich brauch echt jemand, der... Jungen, eineinhalb Stunden geht kaum Ich brauch jemanden, der das zu hoffen dazu macht Der, äh, irgendwie elf Stunden plus Games auch kommt Was kann ich kaum? Ja, das ist dann die neue Definition von Speedrun Es geht nicht mal darum, die Games schnell zu machen Sondern langsam zu machen Oder soll ich lieber sagen, Slowrun Slowrun I've got the power! Hey, guck mal, die Meteoriten wären ein kleiner mit den Eiskubeln Eiskubeln Ja, alter, du kannst dich wegdingst, wenn du drei mal drauf haust Cool, aber nur bei den Großen, die Kleinen brauchen die Nee, das macht best of, das ist nice Einfach von meinen schlimmsten Fails Aber keine Ahnung, jetzt tut das Irgendwie, weißall, nicht elf Stunden lang während dem Video Nochmal in die 30-minütige Parts hochladen Die kommen alle heute Das ganze das Play, alle 30 Parts kommen heute online Das tut weh Nein Auf weh tut? Man kann gar nichts machen Wenn überall um sich rum Kometen kommen So Schaden kriegst du Ja, gut, Alkohol ist unten gezogen Es gibt Abkürzungen Aber wir wollen ja keine Abkürzungen in den Splays zeigen Das ist ja Ich möchte das now, wo das zwei bis drei Stunden brauchen ohne Abkürzungen Etwas anderes wie so neun Stunden, ne? Danke, ich spiele das Spiel immer noch zum ersten Mal Und hab ein Jump'n'Run das letzte Mal mit 8 gespielt Aber eigentlich, weil, man verliert, man verlernt das Zeug nicht Doch Verlernst du Fahrrad fahren? Nee Weil ich das, wie gesagt, nicht das letzte Mal vor 8 Jahren getan habe Hast du noch nie gesagt, das hab ich mir das erste Mal gesagt Als ich die Wortflosse, wie gesagt, ja, falls Du kannst nachgucken, ne? Im Jump'n'Studio hab ich 5 Mal bisher gesagt, aber danke dafür Nein, das mit dem Fahrrad meines Aaaaaaah Was hat's denn mit dem Fahrrad zu tun? Wie gesagt, das Fahrrad habe ich nicht mit 8 irgendwie zuletzt mal benutzt Aber schade Und was tut das scheiß Fahrrad zur Sache? Ja, ich hab das Fahrrad davor noch nie erwähnt gehabt Toll Ich konzentriere dich lieber aufs Spiel Ich kann doch dich freuen Und mit dem Gelaber vor Das hu Ich kann auch kein Deutsch was vergessen Jetzt je nach 9 Stunden Dauerbesallung Das ist, bleibt auf der Plattform stehen bis die Scheiße einmal untergetaucht ist Außer das bringt ein Komet gerade um, dann geht das erst Ähhhhhh Ducken Gut, du lebst noch Weiter Go on Achtung Ähm Ist nicht ätzend Go on Sprint in deinem Leben Nein Okay, hol die Power-ups Timo Cool Hi Willkommen im Stream Schön, dass du hier bist Und damit habe ich sich gerade auch damals noch so irgendwie gegrußt Ähm Gegrußt Pensel und Gräte Wurrt man sich im Wald Was? Dann kam die Hexe und machte alles kalt Naja, das habe ich jetzt ein bisschen anders in Erinnerung Alle Kinder verreckten nach einem grauen Samen fängt vorhanden uns tot Ja, das ist die Story Und wir sind auch ins Tod Oh nein, Boy Junge, hoch da Du bist doch geistig krank Nein Achtung, da kommt was vom Himmel Als ob das noch rüberkommt Jetzte Weiter Runter Junge Junge Silber ein sind Kometen Jetzt weiter runter Stirb doch einfach Hol dir Items, Junge Hol dir Items Hol dir Items Damit geht das Mit Items geht das Mit Items Was machst du jetzt? Wir gehen kurz in die Pause Gott, das glaube ich ist alles gut Alles, du willst jetzt zwei Minuten zum Wasch Wieder da Ja Äh ja Späschleis Toll Is Is Was Do Is Untertitelung. BR 2018 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 Ich mache jetzt mit, ich bin jetzt together, um ich glaube wieder ein Leben zu haben, weil es geiler und einfacher ist Bist du Mario? Ich bin Mario Du Ficker Okay, wir können auch tausend, da kommst du Mario Nee, ich bin Luigi Aber warum musst du das sagen, Alter, das ist nicht fair Dann willst du hier! Das ist rassistisch Das ist rassistisch Ich will das sagen haben Rassistisch gegen grüne Leute Du darfst gerne das sagen haben, du darfst das sagen haben, dann nehmt du hier Nee, ich bin Luigi Ja, dann ist das auch nicht Luigi ist besser Wir können das, sag mal So So Jetzt komm Ähm Hey, was? Ich muss Mario sein, als Babo Pardon Okay So halten So Also Let's go Into it Ja Also damit, ne Und so weiter Ich muss jetzt nur wie alle erst reinkommen Jetzt noch mal kurz Zeit Die hast du leider nicht Sag mal Ja, was ist das denn? Was war das denn? Du kannst hier in Luftblasen nicht schieben lassen Und dann bin ich auf mich allein gestalten Und ich verrecke mich schon auch am Ars Ne, wenn du die, 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 die du zwittelst, dann machst du sowas hier Und überhaupt ist doch eigentlich viel geiler wie auf dem Gamepad Danke Was hab ich gemacht? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Irgendwann ist er nicht grad hochge- Rammelt Ich muss mich an die Sterbung nochmal gewöhnen hier Ja Come on and dance Come on and dance Come on and dance Achtung And dance Come on and dance Hör auf damit Scheiße Wir können uns gegenseitig blockieren Was ist das für ein Kack? Du bist grad allein gestellt Hast du grad mein Item gefällt? Nein Nein Scheiße Was ist das für eine Scheiße hier? Bist du scheiße? Ich hab nur 3 neben Komm mal her Sehr SHIRON Du weißt du Masse Das ist Probably Der Pilzos, von mir ist, esse war ich im Kleinen Dann Könnte er mal deine intuss Pinz das Junge Wieso funktioniert die Scheiße hier nicht? office Schraub Warum bist du so schlecht? HAHAHAHAHA Help me Fuck Ja, mach mal ernst, wieso komm ich da nicht durch? Weil du gleichzeitig Eins drücken musst, um zu rennen. Tu es da. Eine gute Frage, ob du das tust. Tust du das denn wirklich? Hör auf damit. Ich schwöre. Halt. Mach du Schroll, Affe. Oh nein! Oh nein! Uiuiui. Der böse Manuel. Äh, David. Was für Manuel? Mario, sorry. Nein, ich lasse recken. Du hast dich schon wieder von mir abgestoßen. Hör auf damit. Ficken! Ich bin down. Du hast noch alle Leben. Du wirst mehr gut, Baby. Du wirst mehr gut. Äh, warte mal. Hast du grad... Alle! Deine Leben! Ja? Verballert. Ja? Während ich eins verbraucht hab. Ja, du warst nie mehr drin. Ich hab das... Soweit war's noch nie. In diesem Game. Was? Du erzählst mir, du warst noch nie so weit in den Game. Nö, ich hab das nie gespielt. Ich hab ein bisschen angefangen. Was ist das ich eher glaube? Du bist nicht weiter gekommen. Doch. Junge, ich hab... Ich hab das Ring-Taster gedrückt. Junge, das ist so belassen, diese Scheiße hier. Was ist das? Du hast auf mich zu blockieren. Du hast auf mich zu blockieren. Was hast du denn? Boi! Can't you please stop it? Could you please jump already! Thank you! Gott! Mann! Ich hab kein ding auf mich zu blocken Du blockst mich alter Ich muss jetzt irgendwo hochkommen ja oder wir bleiben einfach hier oben erst mal schön dank scheiße Scheiße Ich hab gegen die dinger die hier kommt keine chance Das ist scheiße wir blocken uns gegenseitig Wenn ein bestes noch ist soweit war schon aber ich bin nicht in dieser welt bis ich weit gekommen das war das was eigentlich sagen wollte Ich werde nicht ganz rüberkommen aber True story True story man true story Was Guck das ist so ein scheiß Wo bin ich Ich dachte du warst mehr spieler spielen weil jetzt findest du das einfach nur für ein size Ja weil wir uns gegenseitig blockieren Junge Wir sind voll gearscht Das sind wir eh Wenn wir uns gegenseitig blockieren Sind wir beide gefickt Geil Ja Genau wegen sowas zum beispiel Oder wenn ein meteorit kommt und wir beide in verschiedene richtungen wollen und deswegen gegeneinander rennen Tollen sind wir beide wieder gefickt Ich kann eigentlich allen erzählen die steuerung mit diesem ding ist scheiße Willst du alleine spiel ich hab es kaum mit Weil du schlecht bist Ich hab kein problem damit Wir uns gegenseitig blockieren das alles überhaupt keinen sinn so macht Du willst alleine schocken Du bist Du hast keine alleine schocken Alter ich bin es gestern geworden ich war mal gut In an ancient history In an ancient history Hi Gering Babu Ich hab ihn immer noch dran Aber das ist jetzt hoffentlich nicht so krass So Alles ja uns gegenseitig voneinander Ey höhr auf Weißt du, Junge, wir prallen ja auch voneinander ab, Alter, so können wir auch sogar sterben, guck. Ich weiß. Wenn wir voneinander trennen, wird ja einer vom Bildschirm getötet. Geil. Du musst reinzupsen. Guck, so eine Scheiße passiert hier. Ach du. Meiner ist tot. So was passiert hier. Uh. Wenn alle sterben, spring dagegen. Ey, bist du behindert? Ey. Nein. Das ist deiner. In der Luftblase. Hol dir den doch. Dann platz ihn. Das kannst du nicht selbst machen, Junge. Jetzt ist er bei mir. Ja, ich... Mann. Du bist also besäuert. Stirb. Wir sind ein Team. Wir sind kein Team. Guck du, jetzt hast du mich umgebracht. Toll gemacht. Das ist doch so. Das ist doch so. Ich spiel' wir alleine. Wir können uns gegenseitig töten. Du musst es aber erst einstellen. Was? Das... Das geht. Moment. Das heißt, du kannst es ausmachen, dass wir uns nicht gegenseitig... Nein, das meines nicht, dass du auf dem Camper spielst. Was? Ja. Hallo? Also, gut. So. Also, jetzt spielt er wieder der Barbe und er packts jetzt. Mann. Dann schubst er mich in den Toten in den Sack. Wir können, wie gesagt, auch nochmal den Bot nehmen, wenn wir hier überhaupt nicht weiterkommen. Wir nehmen überhaupt keinen Bot mehr. Du kannst halt nicht 100.000 Aversuchen. Sagen wir, du hast noch vier Versuche. Ja, weil sonst langweilt das alle. Das langweilt sowieso schon alle. Ich weiß. Weil das eine Scheiß-Idee von dir war. Alles gut. Wir machen das jetzt. So. Nein, der Bot macht das dann. Schön. Toll. Geiles Let's Play, Alter. Kann jeder bei sich zu Hause auch angucken. So. Moment. Nein, bin ich nicht. Okay. Stopp. Denk an die, ähm, an die, ähm... An deine Ausgleichung. An die Wolkenrotation. An die Wolkenrotation. An die Wolkenrotation. An die Wolkenrotation. Ich kann dir keine Hilfe für meine Tipps geben. Alter, dieses Ding, weil das nicht nur her wackelt. Bei dem Teil musst du einfach nur heftig rennen, weil das ist halt heftig. Und wieder raus. Das ist schnell. Gut. Nein, Junge, das ist, das ist... Ja, irgendwie darauf, fuck. Bleibt da. Bleibt da. Warte. 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 Jetzt. Du wurdest... Wow, 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 wow. Ich rauf da. Wuff. Wuuuuh. Gut. Amen. Du hast gesagt. Jetzt wird das Blatt beißig. Aber... Du hast den Ehrgeiz und beißt zurück. Und kämpft zurück. Und ich sollte aufhören mit ein bisschen kummistens bussen. Ja. Bitte. Ganz gut. Du musst bedauernderweise bis zum Schluss kommen, sonst kannst du dich ganze Zeit nochmal machen. Du weißt. Deshalb... Please concentrate you. Und jetzt wird's halt richtig essen. Und jetzt wird's halt richtig essen. Was ist das denn hier? Das Ding fährt das. Schön und bist du hin? Ach du, da ist ein... Maulwurf. Nein, Maulwürfel. Überall Maulwürfel. Aaaaah. Gott. Achtung, das ist ein Mini Goombas. Mini Goombas. Ja, aber die springen hier alle runter. Suizidal Goombas. Oh mein Gott, das Ding... Was ist das denn? Ein Lava-Bomb. Oh Gott. Oh Gott, da hinten kommt irgendwas... Todeswolke. Du musst die... Du musst die töten, sonst geht dir nichts voran. Du heiligem. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Junge, hol dir bitte irgendwelche Eishams, sonst hast du das nicht. Die so in der Welt drin liegen. Ich hab überhaupt nicht in die Richtung geklickt. Okay, danke. Das Kämpferd mag, bis halt Essen ist. Probierst mal in der ersten Welt vielleicht. Okay, siehst du, unsere Freundzeit wird nach diesem Tag wohl beendet sein. Da ist der Asse. Toll. Dieses Scheiß-Gamble. Ich mach das noch kaputt, Alter. Ich lasse dir mal, kann ich das nicht kaufen. Ich mach das kaputt und gibts dann rechnen. Das sind zwei Items in dem... Nein, das kannst du nicht, weil wir in der Welt drin sind. Du kannst dich einfach an diesen Eisenbaum rütteln und dann fallen die Eisen nur so runter zum Erpressen. Ja, was? Dann geht nicht. Du siehst da nur die Eishelder, aber du kannst dann nichts dran rütteln. Der RIP unterstehen ist unten, ich weiß. Er setzt eine neue Latte an. 12 Stunden, das packen wir. Er wird nicht länger, als erst unten gehen, die es gern mit zu schocken. Das ist mal ne geile Latte. So.